Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Fall von Let's Play Disciples 3. Wir stehen hier auf der Akt-irgendwas-Karte. Ähm, Akt 4, genau. Und ja, bekämpfen hier weiterhin irgendwelche Dämonen und anderes Krop-Zeugs. Also das übliche. So, einmal hier hinten irgendwie rein. Das hat sogar sofort und wegen gerissen. Finde ich super. So, der fette Sitz in Bewegung und sein Elfischer Brigant darf das erste Mal ziehen und zeigen, was er drauf hat. 149 Schaden, sehr schön. So, schon nochmal eine Ecke mehr, wie der Dingens hier macht. Ach, der ist doch so ein Dämonenmeister. Der hätte eigentlich auch sterben sollen. Da ist schon wieder die 88. Bleibt einfach nie aus. So. Der Fetter ist nicht ganz... Okay, er stellt sich auch dahin. Weißt du, die KI, die schießt sich eigentlich immer selber so richtig ins Bein. Da stellen sich die Leute irgendwie schon so hin, dass sie dann nicht mehr von den Magiern alle getroffen werden. Und dann kommen wir ab diese ganzen Vollhorsts und stellen sie dann so hin, dass sie doch wieder alle getroffen werden. So, in dem Fall der Magier, was ein Todesurteil war. Pech gehabt. So. Auf den Onyx-Gargäuel. Aha. Ich weiß nicht, ich mag die Stimme von ihm so richtig gerne. Aber der hat 40 Rüstung. Die vier sind richtig gut. Meiner Meinung nach. Aber wenn sie einen kritischen Treffer abbekommen, dann sehen sie natürlich rot. Im wahrsten Sinne des Wortes sind hier auch rot. 98. Das macht uns doch nichts. Der Teil war immer weg. So. Aufschlitzen. Ich habe gesagt, aufschlitzen. So. Und dann einmal den töten. Du kannst mal hier die Verteidigung durchbrechen. Ich habe zwar jetzt überhaupt nicht gesehen, wie viel Schaden er gemacht hat. Aber auch egal. So. Löscht ihn aus. Bitte. Müsstet ja jetzt danach auch direkt irgendwie aufsteigen. Ja. Finde die Stimme so cool von denen. Das ist eine der wenigen Ausnahmen, wo die deutsche Stimme tiefer ist wie die englische Stimme. Also zumindest bei den Elfen. Und irgendwo bewegen sich weiter in diese Kack-Demun. Das gefällt mir nicht. So. Um einmal in Tumi rein. Das kann man auch mal eben schnell auf automatischem Kampf machen. Ein neuer Sieg. So. Kein Problem. Plus 30 auf Gewandtheit. Das darf doch gerne einer unserer Briganten bekommen. Das hat der hier. Der macht jetzt 185 Schaden. Sehr schön. Halt. Ach so. Und das wird's hauslich. Das nehme ich jetzt nicht. Dann wäre nämlich der Geschicklichkeits-Buff von einem weg. Der ist mir im Moment ehrlich gesagt ein bisschen wichtiger. Oh. Erwin braucht noch neun Jahre zum Aufsteigen. Leider. So. Einmal hier rein. Das hat gut Schaden gemacht. Ja, ja, ja. Das sagen sie alle. Für wen auch immer. Schlitz. So. Einer ist tot. So. Wo kannst du jetzt mal richtig gut zeigen, was du drauf hast? Am Ballyach. Äh, Ballyach. Ich empfiehlt euch doch, du machst jetzt kritischen Treffer und beeindruckst mich richtig. Das ging nur leider ein wenig schief. So. Den tötest du jetzt auch direkt. Ist vielleicht ein wenig verschwendet, aber... Macht ja nix. So. Kobold ist natürlich so freundlich und stellt sich auch nochmal so hin, dass er gleich mitgetroffen wird. Ach, die sind also so voraus. Schauend. Der stirbt. Dann der Ballyach. Der darf leiden. So. 75. Keinmal wenig. Du kratzt auch den hier an. Du, äh, beendest mal die Sache für den Kobold. Nein, nach so natürlich nicht. Sag mal. Ne, du, du bist das. Ach, du bist das. Wer ist das gar nicht? Wer ist das denn? Ach, der letzte ist das. Ach so, okay. Ich hab mich schon gefragt. Irgendwie macht der überhaupt gar nicht, keine kritischen Treffer und irgendwie auch nicht mehr Schaden. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Das ist hier. So. Du, hier bei der Ballyach. 277, sehr schön. Heilung, 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 Heilung. Knoten. Ja. Wie lange hält unsere Regeneration noch eine Runde, weil sie dann pappe ich mir direkt eine neue drauf, bevor ich das vergesse. Kontroll und anderes Krop-Zeug machen wir jetzt mal eben fertig. Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Jetzt bist du dran. Wie wunderherrlich. So. Na, schade, dass der nicht da hinten drauf kommt. Ich werde natürlich noch die Creme à la Creme. So. Einmal hier. Mit dir konnte ich versuchen, die zu verarschen. So, weil es ist wahrscheinlich nicht klappen. Den gehst du auch eher noch hier hinten mit rum. Und dann greifst du einfach da mit ein. Das halte ich für die schlauere Variante. So. Zumal sie sich ja trotzdem alle um Aryan stellen. Ähm. Oh. Schaltet mal den Org-Häubling aus. Das wäre irgendwie eine gute Idee. Nee, würde der das Zeitliche segnen. So. Das hätte sogar fast geklappt. So. Einmal eine Wundenheilung für alle. So, dann darf Aryan auch zerhacken. Ich habe jetzt mit Aryan etwas unglücklich zerhackt. Ja, dann eben so. Dann hier. Der Wolf hat sich angenähert. Der stellt sich aber trotzdem mal eben hier hin. Ihr könntet ja mal versuchen, den Riesen so ein wenig zu Fall zu bringen. Ich könnte mal die Sonnentänzerin auf das Fokusfeld stellen. Ich habe das Gefühl, ich rede gerade zu weit vom zweiten Mikro vorbei. Das sollte ich auch lassen. So. 276. Sehr schön. Nicht. Jetzt setzt er sich in Bewegung. Troll. Ich dachte gerade ernsthaft, der läuft hier zu meiner letzten Reihe. Prüba, das wäre irgendwie asozial gewesen. Oder 88. War jetzt mal irgendwie überhaupt kein Schaden. Wollen wir mal hier drauf. Kannst auch richtig gut mal hier den Schaden wegheilen. Ja, hier kommst du. Auf den Troll. Den Wolf kann sie sich dann so langsam kümmern. Aber bringen wir erstmal den Troll zum Fall. Was hier auch ziemlich gut geht. Muss man sagen. 232. 232. 232. 277. Das war eigentlich ganz gut. So, Heilung. Dann darf Arian den Wolf durchtrennen. Und die Naga darf den Riesen töten. So. 150 Heilung. Das ist eigentlich nichts. Aber naja. Nehmen wir den Funken mal eben ein. Und tschüss. Funke. Dann Runde beenden. Und die Stadt da eben mal hinnehmen. Das können wir auch noch machen. So. Unsere Stadt jetzt. Und weiter hier runter. Grundlos irgendwelche Säcke liegen. Das Drachen hier ist plus 35 auf Feuerresistenz. Braucht Arian jetzt im Moment gar nicht. Teil der Umgebung. Trolle und grüner Drache. Wie lange würde er das Luftding noch halten? Neun Runden. Hat auch irgendwie Magieresistenz. Ach, ich habe eine allgemeine aufgesammelt. Okay. Arian, du kriegst mal jetzt hier das Feuerteil. Das ist 35 auf Feuerresistenz. Dann reden wir mit dem Troll. Ich werde es euch nicht überlassen. Verabschiedet euch von eurem Leben. Ich hätte den anders sprechen können. Das ist immer so ein bisschen doof. Weil andere Let's Player arbeiten durchaus mal mit der Stimme und so. Aber die können das dann auch meistens auch. Wenn man es kann, irgendwie so mit der Stimme arbeiten. Verstellen gut und so. Vielleicht sollte man es auch machen. Aber es gibt welche, die können es meiner Meinung nach nicht. Genauso wie ich. Will ich mich jetzt gar nicht irgendwie anders hier hervortun. Das ist das falsche Wort, ne? Na egal. Da will ich nichts anderes behaupten. Ähm, ja und deswegen. Aber ich finde, dann sollte man es auch irgendwie lassen. Weil ansonsten klingt es halt irgendwie lächerlich. Und ich finde, es ist ein bisschen Atmosphäreunfördernd. Aber das ist ja auch normal. Nicht jeder hat hier irgendwie so eine Synchronsprecherausbildung. Oder Schauspielausbildung. Oder natürliche Begabung für sowas. Deswegen, ich finde, ich habe doch hier sowieso die Feuerresistenz. Und gegen den Drachen macht gegen uns keinen Schaden mehr. So. Und? Sie ist resistent. Erwin auch. Nöt. Sehr schön. So. Attacke. 492. 210. Ihr könnt schon mal auf den Drachen gehen. So. Nein, das hat den... Das hat leider den... Na, was mache ich denn jetzt? Oh, ist der halb tot. Das hat jetzt leider den Geschicklichkeits-Buff überschrieben. Na, ein bisschen ärgerlich. Weil der halt ziemlich nützlich ist, dieser Buff. Aber naja. Ich finde das doof, dass der als Verteidigungs-Buff gilt. Dieser Geschicklichkeits-Buff. Weil eigentlich ist das ja ein offensiver. Aber naja. Steht ja auch eigentlich Pulver der Gewandtheit drauf. Also eigentlich sollte das ja überhaupt keine Geschicklich... Ne, Quatsch. Heißt Pulver der Genauigkeit. Steht nur in der Deutschen, wenn es plus 30 Gewandtheit geben würde. Haben sich da einfach wieder ververtan. Mit Agility und Dexterity. Ich denke mal, so heißt das im Original. Haben sie sich dann wieder mal verdahmen. Ist ja nichts Übliches. Äh, nichts Neues. So. So, der Drache hier, den haben wir jetzt leicht diskriminiert. Das ist einfach brutal, dass er so wenig Schaden macht. In zwei fehlen natürlich alle, weil das immer so ist. Bei dem letzten... Ey, sag mal. Das ist ja jetzt wohl hier wieder Verarsche. Geht doch. Ist denn jetzt aufgestiegen? Ach, wir werden wieder weggeportet. So. Ja, altes mal Skript, Quest-Gegenstand. Ach, die schwarze Naga ist mal aufgestiegen. Ich weiß allerdings ihre Grundwerte nicht. Deswegen weiß ich nicht, was sich bei ihr verbessert hat. Hier in der Verdammten. Zieht mal wieder. Bei denen ist irgendwas aufgestiegen scheinbar. Da finde ich auch nicht so toll. So. Wo ist denn der Typ, der ist hier unten? Lauf da mal hin. Ich hätte den Brunnen mitnehmen können. Der zweite Teil. Großartig. Hört zu. Seine Ideen wurden von seinem ersten Engel Betrezen ins Leben gerufen. Aber Betrezen schuf Nevendarr nicht alleine. Andere Engel halfen ihnen dabei. Die ersten, die kamen, waren Galian und Soloniel. Galian erschuf Wälder und Elfen. Soloniel erschuf die Meere und das Meeresvolk. Dann kam Votan und erschuf Berge und Zwerge, die dort ihre Gänge gruben. Und viele andere Engel bevölkerten Nevendarr später mit ihren eigenen Schöpfungen. Vielen Dank, Ehrenhafter Hüter. Zeig mir bitte, wo sich der dritte Teil des Manuskripts befindet. Weißt du, das klingt so nach irgendwas total Bekannten halt wie bei uns und wie die Entstehungsgeschichte in der Bibel. Und für so einen Scheiß müssen wir da so totale Hardcore-Gegner in Anführungszeichen besiegen. Damit wir, äh, ja damit wir hier Dingens, wir haben schon wieder den Faden verloren, weil ich hier gucke. Oh, äh, Ring der Wut. Den kaufe ich, glaube ich, sogar mal so. Gebe ich dir Hexenperlen, normalen Ring, dann kaufe ich mir den. Und wie hat er 6 gebracht, weil er dringend eine Doppelte gekostet hat, wann die Wasser stand? Ärgerlich. So, aber er macht 20 Schalen mehr, das ist schon, ähm, ist schon gut. So. Ne, die hebe ich mir auf jeden Fall für eine andere Runde auf. So. Ähm, ja, weiter runter. Ich muss mich mal wieder gerade im Sitz zurecht drücken. War das ein richtiger Satz? Nö, eigentlich nicht. So, ich finde irgendwie Akt 4 einfach nicht so richtig spannend. Da kommt irgendwie, keine Ahnung, wo kommt das mal jetzt auf automatisch? Wenn da ein Troll ist. Ich glaube, diese Org-Kämpfe, die werde ich nicht mehr, äh, wenn ihr so aufgestiegen. Die werde ich wohl höchstwahrscheinlich nicht mehr mit euch zusammen machen. Weil, äh, äh, drei Kampagnen, die andauernd irgendwie zu machen, das geht ihm schon irgendwann auf die Nerven. Ich finde, es reicht auch mittlerweile. Wenn ihr in der Story vorkommt, mache ich die noch. Aber ansonsten setze ich einfach darauf, dass das halb, ja, dass diese Regeneration ein bisschen diesen, dieses Manko ausgleicht. Von der irgendwie natürlich schlechten Platzierung meiner Einheiten. Und ja, hoffe, dass das dann so geht. Wenn Erwin jetzt natürlich wieder derbe Schaden bekommt. Was natürlich wieder daran liegt, dass sie sich neben den Fokuspunkt gestellt haben. Drang des klaren Denkens, sehr schön. Das ist einfach, ich würde nicht mal glücklich werden, würde ich, äh, jetzt irgendwie Angriffsart Fernkampf. Das heißt, er macht mit Intelligenz überhaupt keinen Schaden. Kriegt die Sonnentänzerin das? Hat eine Angriffsstärke von 150. Was ich, äh, sehr beeindruckend finde. Problem ist, dass halt nur geguckt wird, offensiver Buff oder, äh, äh, defensiver Buff, Magie Buff. Und nicht geguckt wird, ob das wirklich dieselben Buffs sind. Weil, so ist er schon ein bisschen doof. Dass dann halt, wenn du dann so ein Stärke-Ding aufsammelst, die Intelligenz von einem Magier weg ist. Obwohl er von der Stärke überhaupt nicht profitiert. Das wäre irgendwie total dumm. 35 auf Verteidigung. Sollte ich jetzt nicht unbedingt Aryan geben. Aber dem, dem Dingens kann ich das geben. Dem Heiligen Rächer. Der kann das durchaus gebrauchen. Periale Assassine. Den kämpfen wir jetzt auch auf automatisch. Ich weiß nicht, das ist einfach nicht so spannend. Finde ich jetzt, dass man da jetzt immer so zugucken muss. So, ähm, ich glaube, wir können jetzt den Nachttänzer kaufen. Unter Schlupf. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch die Erfahrungspunkte von denen so hochgeballert bekommen, dass wir auch wirklich welche kriegen. Also es ist ja eine Herausforderung, zwei überhaupt die Nachttänzer zu bekommen. Weil deshalb sind... Das war ja auch das Problem bei, äh, den Modenen in, äh, in Dingens. In der Legionskampagne. Man hat die einfach nicht bekommen, weil die so hohe Erfahrung brauchten. Wenn man auf normal... Gut, das verändert sich ja auch noch auf den Schwierigkeitsgraden, dass man weniger Erfahrung kriegt. Und da man auf normal so unglaublich, äh, was heißt, weniger Erfahrung bekommt, bekommt man die auf normal am meisten. Deshalb auch dann nicht. Nee, hier geht's von der Story weiter, ne? Geh ich erstmal da unten lang. So. Ich bekomme dir nie mein Lieblingslied von den Elfen. Also bis jetzt... Zumindest habe ich noch nicht gemerkt, dass das irgendwann gekommen ist. Wie? Oh, schade. Ähm, ja, du kannst... Du kannst jetzt einfach da hinrennen und dir schon mal den Bogenschützen vorknöpfen. Ach komm. Ich bin dann doch zu faul. Das ist dann doch wieder auf automatisch... Ausfechten. Ein neuer Sieg! Dürfte ja kein Problem sein, vor allem nicht mit der fetten Heilung, die ich im Moment habe. So. Imperialer Ritter. Die Stadt erobern wir noch. Und die Legionen ziehen hier auch wie wild. Und bis jetzt bin ich noch keinen... Legionsleuten in die Arme gelaufen. So. Für steht es eigentlich... Die haben die Hälfte der Erfahrung ungefähr, diese brauchen für den Nachttänzer. So, greift mal an. Ziemlich viel Schaden. Und Attacke hier rein. Die Kavallerie erwartet eure Szenen. Ja. Die Kavallerie erwartet eure Szenen. Sie sind so stark. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich werde sterben. Hilfe. War die nicht eigentlich in der Stadt drin, die Armee? Was ist das so aus, als wäre die in der Stadt drin gewesen? Ähm. Ja, Nuschel, du, irgendwas vor dir her. Sowieso kein Mensch versteht. Fliege! So. Der kann mich nicht angreifen. Das interessiert mich relativ wenig. Heilung. 150. Das heißt, die Flächenangriffe sind noch... ...uneffizienter von denen, als sie sowieso schon sind. So, einmal den hier auseinander pflücken. So. Eine ist schon mal tot. Du kannst hier auch mal dafür sorgen, dass einer tot umfällt. Machst du sogar. Sehr schön. So. Du müsstest jetzt eigentlich relativ gut alle aus den Latschen hauen. Dich hätte ich auf den Fokuspunkt stellen können. Dann hättest du vielleicht sogar den hier töten können. Oh, das schafft aber auch so einer. Da bin ich ja beruhigt. Der auch nochmal daumen. Sehr schön. So. Stadt erobert. Da kann ich jetzt... Ich weiß nicht, ob Ausrüstungsstände auch... ...die ich kaufe, auch mit übernommen werden. Ich kann mal ganz viel... ...bringt halt nicht so viel. So, der kann ich mir eh nicht leisten, die Sachen. Ich kaufe jetzt einfach mal ganz häufig... ...guter Schuss. Ich bekomme für die zwei dann nur... ...50 Gold, aber... ...hey. Oder 75 Gold werde ich für die bekommen. Das ist dann etwas halt, was ich am... ...anfang der nächsten Runde verkaufen kann. Und ja, die... ...anfang der nächsten... ...beziehungsweise Anfang der nächsten... ...Kampagne. Aber den werden wir jetzt... ...ich sag mal Kampagne nächsten Aktes. Aber auch den werden wir nicht... ...dieser Folge erleben, denn diese Folge ist vorbei. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal... ...wenn es wie heißt Let's Play Disciples 3. Bis dahin, macht's gut.